Gut, diese Ladezeit ist echt der Hammer. Den einen Battler werden wir jetzt noch schaffen, wa? So. Ähm, ja, da, hier sind zwei, hier sind zwei Battler, die, die man weiter, die man etwas weitergeben kann, kann man hier durch. Gut, da, da ist einer. Ja, mit euch kämpfe ich bis zum bitteren Ende. Hm. Jo, hier ist ein Drache, wa? Okay, danke, mit dir will ich reden. Natürlich. So, da bin ich wieder, wa? Hm. So. Ja, der wurde gerade kurz unterbrochen. Jetzt muss ich wieder gucken. Wo war ich nochmal? Notiz des Fremden. Ähm. Gib einem Battler die Parole weiter. Einem. Okay, der sagt jetzt erledigt. Jetzt geh ich mal auf I. Notiz des Fremden unter Bücher. Schon wieder ne Notizen. Ich geh mit ihren scheiß Notizen. Ähm. So, wo ist es denn, ja? Notiz. Okay. Okay, gut. Dann wollen wir mal gucken. Okay. Ist ja nicht so weit weg hier. Wir müssen also in die Richtung. Ähm. Rede so gerade von einer Versicherung. Oder wie? Da müssen wir rein. Okay. Doch mehr als ich dachte. Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln. Wenn ihr ein... Oh. Also, das kann nicht gut sein. Okay. Ähm. Ich... Ja. Vielen Dank. Hier. Das ist für euch. Gut. Dann wollen wir mal raus hier. Wo ist denn hier der Ausgang? Steht... Steht du schon hier mitten im Weg hier? Alter. Ähm. Ist das zufälliger auch wieder ein Whifton? Boah, jetzt hab ich ja nicht hier durch Whifton wieder nur. Okay, da ist das quasi... Okay, da ist das quasi... Hier drin, oder wie? Wie viele habe ich denn? Okay. Lassen wir mal, lassen wir mal. Ich gehe dann wieder hier vorne lang. Ähm. Genau. Hier lang und so weiter. Ein paar Mal unter der Brücke durch. Ähm. Also, das Tor ist ja jetzt geöffnet. Muss ich doch wieder hier rein? Okay. Okay. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Es gibt nichts Schöneres, als im Honrichsee zu angeln. Ihr solltet es einmal versuchen. Ähm. Ähm. Ich will ja keinen Ärger, aber... Wo ist das? Ihr seid neu in der Stadt, was? Ganz sicher zum Angeln hier. Ach, Mensch. Meine Fresse, kann ich mal richtig Treppen laufen? Da ist es. Aufschließen. Okay. Okay. Lies die Anweisung des Fremdens. Äh, Fremden. Äh, Gott. Äh, langsam geht mir das mit der Scheiße in die nächste Reihe. Ähm. In Ruhe. Anweisung des Fremden. Notiz des Fremden. Gut. Anweisung. Ah, das müsste dann quasi unter A stehen. Anweisung, Anweisung. Hier. Ähm. Okay. Muss ich wieder hier runter? Wenn ihr Hunger habt? Ne, ich habe keinen Hunger. Ich möchte nur fertig werden. Ja. Alles in Ordnung? Ja, immer bei mir. Jetzt überziehe ich ihn wieder. Ich mache jetzt noch die vier Minuten. Damit die zehn Minuten voll sind. Und, ähm, dann werde ich da mal gucken. Gut, dann habe ich hier vollständig überzogen. Wurde zwei, dreimal unterbrochen. Fand ich natürlich wunderbar. Ähm, aber was soll's. Da oben. Okay, Einsamkeit. Gut, dann geht das mal die Glücklichkeit zur Einsamkeit. Gut, bei dem würde ich aber auch einsam werden. Oh, der ist bisschen nur einsam, denn da geht doch niemand freiwillig hin. Da. Hallo, ich bin Gisli. Aber nicht mein Problem. Willkommen am Nabel der Welt. Oder zumindest der Welt meines Bruders. Ähm. Ja, mein älterer Bruder. Und die Person, mit der ihr jetzt wahrscheinlich reden wollt. Aber seit Torek tot ist, liegt die wahre Macht am Hof des Jarls in den Händen von Falk Feuerbart. Mein Bruder ist nichts weiter als ein aufgeblasener kleiner Gag. Wenn ihr nach einer guten Einstellung sucht, geht zu den Warten. Sie spielen sie euch vor. Wenn ihr stattdessen nach Wahrheit sucht, sprecht mit Noster. Er ist ein gutes Beispiel dafür, was das Leben zu bieten hat. Und wenn ihr einfach nur Spaß haben wollt, probiert ihr Wirtzwein. Aber was ihr auch macht, lasst mich in Ruhe. Okay. Nicht mein Problem. Das ist aber freundlich. Das ist wirklich sehr freundlich. Ähm, ich gehe jetzt mal zum Haus des Erregten hier. Ähm. Mal gucken. Und vielleicht muss ich damit ja sprechen. So. Erstmal zu dem Haus von dem Typen. Es muss ja bald auftauchen. Also, es scheint außerhalb zu sein. Der Mauern. Ich kann es kaum erwarten, noch einen von Ulfrix Jums zu töten. Na, töten ist nicht gut. Aber wie komme ich jetzt hier verdammt nochmal raus? Aus diesem scheiß Ding. Hat das keinen Ausgang, oder wie? Da. Da. Da ist es. Ähm. Gut. Lass mich mal rein. Dann lass mich mal rein, ja. Okay. Ja. Da. Untertitelung des ZDF, 2020